Tata! Wow, das ist... Hübsch! Haben wir aus der Zeitung? Aber die habe ich doch schon mal im Internet gesehen. War nicht gerade günstig, oder? Für euch! Das ist mir doch gar nicht nötig gewesen. Wieso habt ihr euch die nicht mal angeguckt? Bei Immobilienscout. Die ist total günstig. Liegt direkt am Park und hat einen Garten. Oder hier. Das ist der Neubau direkt gegenüber. Mit Parkett und eigenem Kamin. Mit Sicherheit das Richtige finden Sie bei uns. Deutschlands größten Immobilienmarkt. Immobilienscout24.de Das größte Angebot, top aktuell, auch in Ihrer Region. Ihr habt bestimmt total nette Nachbarn.